Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, hier ein sehr interessanter Ausblick. Den kennt ihr sicherlich schon, ich muss jetzt nur aufpassen. Gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Traumhaftes Ambiente, wunderschöne Kulisse, herrlicher Ausblick. Hier geht die Straße hinunter, sind wir das letzte Mal runtergegangen und dort ist ein wunderschöner Platz unten. Eine ganz tolle Gegend hier. Hier oben sollte irgendwo dieser Aussichtspunkt sein. Schauen wir mal, dass wir Höhle. Es ist jetzt 17.15 Uhr. Also, ja, und man sieht hier schon, die Blätter werden gelb. Also, der Herbst ist schon im Werden. Ende. Untertitelung des ZDF, 2020